also habe ich die fertig gemacht schreit noch rache ich schlage tot er muss an mir vorbei das schmeckt nicht wenn ich zehn mal auseinandernehmen da die rübe weg wieder motivation er wird das ab also weg das muss das muss hier auch auf der pitch da lag sie jungen mach den tot macht den endlich tot sehr gut da habe ich meine punkte gekriegt noch also habe ich die fertig gemacht ja jungen hast sie gescheitert die sind noch gar nicht da ja 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 Ich habe einen Vorspinn, Junge. Dann gibt es ja gleich Kasala. Jetzt liegt die Fummel-Trainer schon im Dreck. Ich habe einen Vorspinn, Junge. 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 Oh, da hinten Bogenschützen. Aus dem Bild. Ich habe einen Vorspinn. Ich habe einen Vorspinn, Junge. Ich habe einen Vorspinn, Junge. Ich habe einen Vorspinn, Junge. Mist. Aber das war ein Kampf, Alter. Das war doch brutaler Kampf, Alter. Ich habe die dort alle weggenascht. Das gibt es gar nicht. Das kannst du doch gar keinem erzählen, Junge. Wie die dort umgefallen sind. Wie die scheiße ausfliegen. Ich helfe dem mal hier vorne. Der scheint Probleme zu haben. Oh. Oh, Alter, wie es raussuppt. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Kann man nicht sagen. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Dann hau ein. Na haut ab, Alter. Was will der? Oder? Oh. 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 mit Aachenkrach geschafft. Aber ich bin ja froh. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Dann kann ich ja noch ein paar Kills machen. Ich gehe unten lang. 31 Kills. Naja, das müssen 40 werden jetzt hier. Das müssen 40 werden. Mindestens. Mindestens. Was schmatzt denn hier so? So nicht. So waren es keine 40 Kills, Alter. Meine Axt her. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Oh, scheiße. Die Brücke. Stopp, du Hund. Mist. Oh, ich brauche noch ein paar Kills. Die schaffen das nicht mit der Brücke. Wir haben noch eine Minute. Mann. Komm mir aus dem Weg, Junge. Ich brauche Kills. So nicht, Mann. Verdammte Scheiße. Verholt die Brücke, ihr Idioten. Ich will, dass es weitergeht. Ja, kommt. Ich weiß, ob ich ein paar Leute von mir hier totschlage, damit sie auf die Brücke kommen. Ja, kommt, 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 kommt. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Ja. So, jetzt kann ich euch totschlagen. So. Nein. Ich wollte ein Aufheben, nicht totschlagen. Ach, Mann. Alter. Nein. Alter. Das hat aber gut gemacht. Scheiße. Ich trottel. Den hätte ich haben können. Ich dummes Schwein. Nein. Oh. wir müssen unsere bogenschützen verweidigen die wollen ja unsere bogenschützen killen dahinten bogenschützer den hole ich mir das wird knuspern junge im häuschen nein der vorzüglich mit dem bogen aber ich habe meine 40 kills fertig 30 mal verweckt dann müssen wir was gehen ohne zu sterben oh er hat mir in die fresse gehauen aber 43 kills aller läuft bei mir blickt man blickt nicht mehr durch aller oi 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 44 kills oh wir testortieren nein 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 ich will mich nicht umbringen ich will mich nicht umbringen mann so ne scheiße wo will der hier hinten hin eier legen oder was ja da ist es geschrei groß da wird gejammert aber erst hier so einen kleinen afgala weg kloppen wollen da ist die rache perfekt junge da läuft er weg mann warum kann meine ulti nie irgendwas machen was niederlage 48 kills und 77 niedergeschlagen alter was für eine leistung bestes spiel meines lebens bestes spiel meines lebens ohne scheiß wieviel punkte 2096 alter glatt ein level hoch man wahnsinn von uns und ganz Bis zum nächsten Mal.